Musik Ich weiß nicht, ob ihr das anständig sehen oder hören könnt, aber das ist hier mein Schlafzimmerfenster. Es ist 2 Uhr nachts. Vor meinem Haus wurde die ganze Straße aufgerissen aus irgendwelchen Gründen und jetzt bauen die hier jede Nacht von, was weiß ich, abends um 8 bis morgens um 8 irgendeine scheiß Straße. Neu. Keine Ahnung. Also... Ah... ... ... Nur falls mal einer jetzt gescheit daherreden will, wenn ich das Fenster schließe, ist es genauso erlaubt, wie wenn das Fenster offen ist. Hier sind nämlich die ganzen Scheiben und Fenster immer nur so dünn wie ein Stück Papier. Das macht also leider keinen Unterschied. Also lasse ich es lieber offen und habe frische Luft. Piep, 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 piep. So, und jetzt Fenster wieder auf. Keinerlei Unterschied. So, wir sind wieder mal auf der Autobahn, fahren gerade Richtung Hollywood rein und gehen jetzt in den Paramount Pictures auf ein Event, in dem Kunstwerke von Andy Warhol ausgestellt werden. Organisiert ist das Ganze von Bentley. So, jetzt haben wir alle großen Namen gedroppt. So, jetzt habe ich es doch den ganzen Verkehr geschafft. Ich bin sehr müde. Ich hoffe, man sieht es mir nicht so an, aber ich schlafe ja seit Tagen nicht mehr anständig in meiner Wohnung. Ich habe mir zehn extra Minuten genommen, um die Augenringe wegzuschminken. Und jetzt dachte ich, ich bleibe mal noch einen kurzen Moment im Auto sitzen, um mir mal kurz zu überlegen, wie toll es eigentlich ist, dass ich jetzt hier gerade auf dem heiligen Grund der Paramount Pictures bin und eingeladen bin auf eine VIP-Veranstaltung, wo nur ganz wenig Leute hin dürfen. An einem Ort, an dem so viele Blockbuster entstanden sind und Filmgeschichte geschrieben wurde. Ja, ist schon toll. Hier ist jetzt der Eingang, der sagt VIP & Press. Und da oben ist dieses Paramount-Ding, das man immer aus dem Fernsehen kennt. Ach, wie aufregend! Okay, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das sind hier alles die Filmkulissen von Paramount Pictures. Und für heute Nacht sind die für die VIP-Gäste geöffnet. Und es gibt eine Ausstellung an Bildern und es gibt Essen und es gibt Champagner und es gibt, wie ihr seht, ganz viel Security überall. Also alle in den schwarzen Anzügen sind Security. Und das ist verrückt hier. Das hier ist, ja, das sind Kulissen. Ah, abgefahren! Hier ist ein Teil der Ausstellung, der uns Bayern wirklich stolz macht. Und zwar der Andy Warhol BMW. Hier sind wir immer noch mitten in den Kulissen von Paramount Pictures. Und die Leute hier sind alle brutale Hipsters. Schaut, da oben steht's. Paramount Pictures. Da ist die Nudel. Pass auf. Da. Nein. Nein. Da. Gut. Nein. 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 Nein Nein, 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 lass die Nudeln da drin. Okay, gut. So, es ist Sonntag und wir machen weiter in unserer Reihe beliebte Alltagsprobleme. Ich habe den ganzen Tag geputzt und ich glaube, ich habe das auch ganz gut gemacht. Langsam werde ich besser. Ich arbeite hart an meinen Mami-Skills. Hier alles schön sauber und hier drin läuft der Trockner. Man hört ihn nur, man sieht ihn nicht. Aber hier ist noch schwerer Nachholbedarf. Also was das Kochen angeht, da geht leider noch nichts. Ja und jetzt, jetzt werde ich den Rest meines Sonntags damit verbringen, mir dieses Skript hier reinzuziehen. Das ist nämlich meine neueste Hausaufgabe von meinem Ex and Coach. Das ist ein Scream-Belay, heißt Boy Gets Girl. Ja, schön wär's. Und hat, Moment, äh, lächerliche 117 Seiten und ich habe dafür jetzt zwei Tage Zeit. Das ist eine realistische Aufgabenstellung, ne? Naja, wir sehen uns dann nächste Woche. Da geht's nämlich zurück nach Deutschland für zehn Tage, um dort zum Unfinished Business zu beenden. Und dann geht's mit dem, da 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 geht's mit